Musik So ein Kram! Hallihallöchen und guten Tag Leute! Ich komme gerade direkt aus Musikgeschichte, aus dem Unterrichthaus. Neben mir steht Andreas Hentschel, der Chef vom Music College. Und ich muss mal hier ankündigen, am 15.05. ist Bewerbungsschluss. Und wenn ihr so krass eskalieren wollt, wie wir das hier die ganze Zeit tun, dann bewerbt euch doch unbedingt. So sieht das aus. Das kann ich nur unterstützen. Jetzt geht es los zum Flugzeug. Bisschen Brot, bisschen Brot. Nee, so was ist. Wir sind hier bei einem krassen Restaurant, was in einem Flugzeug ist. Das haben wir letztens nach einer Probe entdeckt und ich habe hier heute ein Interview mit der neuen Presse und wir machen ein paar Fotos. Nee, der macht superschöne Fotos und mal sehen, wir wollen glaube ich, also wir wollen auf die Tragfläche uns da hinstellen. Mal sehen, ob ich mich das traue. 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 Wir kommen an Bord. Vielen Dank. Ich habe eine Tasche dahinten. Ja, ok. Jetzt habe ich ein wunderschönes Interview mit der neuen Presse. Meine Interviewpartnerin. Ach so, das bin ich da auch. Ganz. Jetzt geht's wieder heftig ab. Ich habe eine leichte Blessur am Handgelenk davon getan, weil Aron ein bisschen zu doll zugedrückt hat, als ich ihn da hochgeschrieben bin und meine Hand geilen hat. Leute, wir gehen jetzt rum, ins College und das war's mit dem Fotoshooting auf dem Flugzeug. Was ist los da? Das war's mit dem Flugzeug. Das war's mit dem Flugzeug. Das war's mit dem Flugzeug. Wir sind jetzt durch mit der Probe für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Die Fotos gibt's natürlich zu sehen auf meinem Instagram und auf meinem Facebook. Also schön anschauen. Und wir freuen uns auf unseren Gig, den wir dann nächsten Sonntag in Bückeburg haben. Im Schlossgarten. Eröffnung des neuen Biergartens. Und das wird der absolute Hammer. Tschüss! 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 Tschüss!